Quellen der britischen Zeitung The Telegraph berichten, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky davor gewarnt wurde, sich in diesem Jahr nicht an einzelne NATO-Mitglieder zu wenden, um Unterstützung für die Mitgliedschaft der Ukraine in der Allianz zu erhalten. Laut den Quellen wird der Ukraine auf dem NATO-Gipfel in Washington vom 9. bis 11. Juli nichts angeboten, was es dem Land ermöglichen würde, auf dem Weg zur Mitgliedschaft voranzukommen. Der Grund dafür ist die Befürchtung einiger NATO-Mitglieder, dass eine Einladung der Ukraine zur Allianz sie in einen Krieg gegen Russland verwickeln könnte, berichtet Buzz+. Eine Quelle, die mit der Meinung der beiden Administration vertraut ist, sagte gegenüber The Telegraph, dass Deutschland und die USA sehr skeptisch seien, die Ukraine in diesem Jahr weiter auf dem Weg zur vollständigen NATO-Mitgliedschaft zu unterstützen. Die USA sind möglicherweise nicht so besorgt wie Deutschland, aber es gibt Bedenken hinsichtlich der Bedrohung durch Russland für den Rest der Allianz. Quellen von The Telegraph behaupten, dass die USA und Deutschland die Ukraine nachdrücklich davor gewarnt haben, auf einen bestimmten Zeitrahmen für die NATO-Mitgliedschaft zu drängen. Aus diesem Grund wurde Zelensky offenbar gebeten, keinen Druck auf einzelne Verbündete auszuüben, um deren Unterstützung für einen klaren Zeitrahmen für die Aufnahme der Ukraine zu wiederholen.